Willkommen zurück zum Salmon Run von Splatoon 3. Der Korb ist oben. Das ist gar kein Problem für mich. Ah, wir nehmen mal das mit, das mit, das mit, das auch. Ja, guck mal her, ja, dann, naja, ja, macht das schon. Quote haben wir leider noch nicht erfüllt. Na, konnte ich nicht reinwerfen, jetzt vielleicht. Ja, sehr stark. Sehr stark, Herr Ruckschlumpf. Nee, komm. Ich hab' ich gleich, ach, das ist ein Schub, 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 das ist ein Schub. Na, warte mal. Sehr schlau. Wie schlau kann man sein. Wir fangen hoch. Komm. Hopp. Na, wir fangen hoch. Weg mit dir. Wir fangen hoch. Hopp. Ja. Dann, einer ist wieder weg, leider. Da kann man nichts machen. Dann, ist dann halt so. Mal weg da. Hopp. Hala. Wir sind nur mehr zu dritt, was jetzt kein allzu großes Problem ist. Aber, ist halt schade. Aber, das kriegen wir schon noch irgendwie geregelt. Wir haben jetzt den Kontrablaster, das ist für die Variante relativ gut. Ja. Kann man eigentlich als, ja, aber wir haben, okay. Wir haben hier doch die etwas schnellere Variante. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ja. Nimm mal mit, würde ich sagen. Wir brauchen ja zwölf Stück. Komm mal her. Hau mal rein, bitte. Die hauen alle nicht rein. Ja, jetzt. Komm. Komm. Einer noch. Einer noch. Ja, wir haben die Quote. Da ist wieder der gleiche. Wir haben die Quote aber schon erfüllt. Was ist das denn da vorne? Es sind mehrere ineinander. Das sieht ja, habe ich so in der Art auch noch nicht gesehen. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema. Thema ist jetzt mal, dass wir dem hier irgendwie helfen. Ja. Hopp, hopp, hopp. Da hinten, glaube ich, das ist. Kann ich aber auch durch. Da, ja. Habe es doch richtig gehabt. Hopp. Ja. Wir wollen aber jetzt nicht die Quote erfüllen. Wir wollen da einfach nur die Zeit überstehen. Und das klappt erstaunlich gut. Platscher haben wir jetzt für diese Runde. Dann viel Spaß beim Spielen mit dem Platscher. Weil wir haben hier die Reichweite auf jeden Fall. Die werden wir jetzt ausnutzen, die Reichweite. um ein bisschen mal abseits des Geschehens aufzuräumen, um den Überblick zu bewahren. Ähm, der nervige, das ist nerviger zwei, nerviger eins ist er der Stapler. Äh, nö. Hat er mich anvisiert? Leider ja. Leider ja. Uh. Ja, warte mal, das ist ein bisschen viel. Und wer sich noch an die letzte Folge erinnern kann, ist ein bisschen her. Wir haben da zwischen Marek hat gebracht und ein bisschen Weihnachtsabwechslung. So nenn ich's mal. Jetzt ist das ganze Jahr wieder vorbei. Äh. Darf ich mal da rein? Hopp. Jo. Ja, aber das ist gut. Aber wir brauchen noch immer die Quote. Es darf keine Ausrede sein, hier die Quote nicht zu kriegen. Nur weil wir hier zu dritt sind und das, meine Freunde, ist... ...ist ein blöd. Wo ist das denn? Ich weiß nicht, wo der ist. Ah, einer noch, einer noch. Nein, ich hab's verlieben. Oh, wir haben die Quote. Oh, leee. Oh, leee. Oh, leee. Oh, leee. Alter, so sehr hab ich gemacht. Das war echt ein gutes Team. Hö, leee. Und die Blöben und Tiefen haben wir mit, ja, sehr gut gemeistert. Wir haben das... Das war... Auch wenn wir nicht zu viert waren, sondern zu dritt, aber gerade dafür an die beiden Teamkollegen habt ihr nicht gut gemacht, nicht sehr gut, sondern sehr, sehr gut. Und das muss man auch anerkennen. Sehr gut gemacht und wir sehen uns in der nächsten Stunde. Ja, aber wir können natürlich jetzt zu viert springen, das ist wieder gesagt eine sehr große Unterstützung. Aber wir haben es vorher schon gesehen, unterschätzt niemals ein Dreierteam. Das ist auf jeden Fall mitzugeben. Der erste Gegner, ach, ach, ich bin auch, ja. Ich denke mir gerade, von wo? Und dann sehe ich, die sind da hinten. Ist ja auch der Korb da hinten. Ich denke, mit einem Splatling hätte ich mich das nicht gedacht. Aber mit dem Blaster geht das einigermaßen gut. Wäre nicht sogar sehr gut, dass man einfach mal in eine Menge reingeht, zwei, dreimal draufhaut. Ähm, komm mal her, ja. Oh, mein Problem. Das Ding ist, hier hat man ja zwei Seiten, aber hier hat man nur eine. Das finde ich auch sehr interessant. Sehr gut gemacht. Wir werden uns jetzt mal wieder ein bisschen zurückziehen. Er kennt die Taktik schon. Also der ein oder andere kennt diese zurückziehen-Taktik von mir schon. Aber ich werde es hier nochmal ein bisschen offensiver machen. Auch jetzt mal wieder ein bisschen auf Färben gehen. Man geht hier dann halt auf das Färben, weil man wird ja sicher in Welle zwei oder drei dann eine haben, die dann nicht am Hafen sind. Davon ist halt auszugehen, wenn man die Taktik macht. Jetzt geht es erstmal in die nächste Welle. Welle Nummer zwei. Dunkel ist es. Dunkel bleibt es. Und jetzt kommen die... Daher. Ja. Ah, die Paketboten, die HL-Typen. Geben wir da rein. Und da ist immer das, wenn die am Boden ankommen, dann gibt es kein Ei. Deswegen immer so machen. Ja. Uh. Da waren gerade drei. Dann wollte ich auf einen schießen. Dann kam da von allen Seiten leider. Zu dritt oder zu viert, hier hast du ihn. Er sieht mich nicht. Danke. Nächster seiner hat mich gesehen. Ich stehe dazu. Keiner sieht. Andern werde ich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Weg damit. Dann hoch da. Weg da. Lass mich mal. Hallo. Quote erfüllt. Damit sind wir eine Runde weiter. Also eine Welle. Welle Nummer drei. Das ist doch gut. Ah, der setzt jetzt seine Kugel ein. Auch eine gute Idee. Ja, dann hau ich den nicht mehr rein. Und schau ich einfach nur damit, dass ich hier überlebe. Gehe ich mich um. So, jetzt. Keiner wenigstens. Ja. Bisschen was haben wir da noch bekommen. Nautilus. Vier. Ähm. Siemundvierzig. Ja. Jetzt haben wir es. Jetzt habe ich es. Ja, der hat aber eh relativ schnell wieder auf. Ah, die kann man jederzeit dann wieder aufladen. Aber ich mag so Splatly nicht, weil wir die irgendwie viel zu lange brauchen, um aufzuladen. Und man muss es halt auch sehr genau treffen. Komm mal her, ja. Dann du wieder. Ja. Komm ich irgendwie noch. Warte. Warte. Hopp. Noch einmal. Ja. Denn so. Hopp. Nein. Mal her. Darüber. Äh. Doch, war da gar nicht so schlecht. Ich dachte gerade, jetzt gehst du drauf. Da hättest du nicht stehen sollen. Aber nein. Das war alles richtig und da ist ein Stapler. Ähm. Du bist der Stapler. Du bist der Stapler. Ist der schon mal. Da hättest du. Da hättest du. Hopp. Es macht uns das Spiel hier einiges einfacher. Kollege, wenn du hier weg bist. Gut. Der ist weg. Oh. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ähm. Komm mal her. Warte mal. Ja. Wir haben die Quote erfüllt. Ich muss dann kurz runter. Genau. Ja. Nein. Nein. Oh. Was ne Welle. War das am Ende nochmal spannend. Aber okay. Wir haben es geschafft. Und das ist das, was zählt. Damit kriegen wir wieder ein paar Punkte fürs nächste Level. Ja. Und die nehmen wir mit. Wir wollen ja wieder zurück in das Level, wo wir vorher waren. Da haben wir ja in der letzten Rotation nicht so gut gespielt. Aber das geht sich ja jetzt wieder aus. Katalogstufe leider noch nicht. Das geht sich aber in der nächsten Folge aus. Hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rutschloff. Tschüss. Tschüss.